Das ist der Hafer- und Bananen-Blues, das ist das, was jedes Pferd haben muss. Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Hier ist der Pferde-Podcast. Wir gehen aufs Wochenende zu und das ist wie immer die Zeit für unser kleines Update zwischendurch. Das Europa-Championat für Haflinger rückt näher. Die Spannung steigt. Ende August ist es soweit und mein Gefühl ist, Jennys Geschnatter per WhatsApp-Sprachnachrichten wird intensiver. Die Festnetz-Telefonleitung bei uns zu Hause ist häufiger belegt. Es scheint nur noch ein Thema zu geben. Jenny, was gibt es denn zum Geier? Ich meine, bis Ende August ist ja auch noch ein bisschen hin. Wir haben noch nicht mal August. Was gibt es alles zu organisieren? Ja, es gibt eine ganze Menge zu organisieren. Erstmal kam die vorläufige Zeiteinteilung raus für das Championat. Da musste ich mein Hotel nochmal einen Tag nach vorne verschieben, weil der Wettcheck schon mittwochs morgens um 9 Uhr beginnt. Also müssen wir dienstags abends bis spätestens 23 Uhr da sein. Okay. Eigentlich wollte ich erst dienstags nachts fahren und mittwochs vormittags ankommen. Aber okay, der eine Tag vor der zurück ist dann auch egal. Und Amtstierarzt muss organisiert werden. Das Pony braucht ein Gesundheitszeugnis. Und bei den Amtsschimmeln braucht es ja immer ein bisschen Vorlauf. Der reitet auch mit. Alles klar. Verstehe. Wir werden das in den Details dann in der Sendung am Montag nochmal besprechen. Aber eine Frage vielleicht noch. Wochenende steht ja jetzt vor der Tür. Reitest du nochmal irgendwas? Mit ACDC? Mit Klecks? Mit beiden Ponys habe ich nochmal Turnier genannt. Okay. Wie das letzte Mal auch für jedes Pony an einem Tag zwei Prüfungen. Und wir gucken, was sie in der ersten Prüfung machen. Dann ist es vielleicht schon Feierabend, vielleicht aber auch nicht. Okay. Welcher Buchstabe steht prüfungsmäßig bei ACDC davor? Ein A oder ein L? Beides. Beides. Ich habe nochmal eine Zwei-Sterne-A und ich habe auch nochmal eine L-Tressur genannt. Aber auch da sage ich, wenn der in der Zwei-Sterne-A super fein durchläuft, dann schenken wir uns, dann behalte ich mir das gute Gefühl. Und du behältst dir die L dann für Österreich vor. Okay. Ja, da müssen wir noch ein bisschen üben. Und das ist auch jetzt, also da gab es auch eine Dressur Pferde-L, aber mit einem Haflinge in der Dressur Pferde-L ist schon schwierig zu bestehen. Deswegen habe ich mich für die Dressur Reiter-L entschieden. Mittlerweile kann ich das ja ganz gut mit den Reiterprüfungen. Wir sind gespannt. Wir haben auch wieder einen wirklich sehr, sehr spannenden Interviewgast. Jenny, ich glaube, das Thema interessiert und du hast ja dein Leben lang mit Pferden zu tun und kennst dich gut aus, aber ich glaube, da kannst selbst du, ohne dir zu nahe treten zu wollen, noch was lernen. Wir haben nämlich zu Gast die wirklich sehr bekannte Tierverhaltensbiologin Marlit Wendt. Und es geht um das Thema, wie kann man Schmerzen bei Pferden erkennen? Das ist gar nicht so einfach, weil Pferde Schmerzen durchaus auch gerne verheimlichen. Warum, das klären wir in diesem Interview. Und wir scannen so verschiedene Merkmale ab. Wie senden Pferde Schmerzen aus? Zum Beispiel über die Ohren. Das ist eine ganz bestimmte Ohrenstellung, die für Stress und Schmerzen typisch ist. Auf Englisch nennt man das stiff ears, also dass die Ohren sehr eng aneinander gepresst sind und mit der Öffnung nach seitlich hinten zeigen. Und die Basis des Ohrs, also wo das Ohr an den Schädel angewachsen ist, dass die von vorne betrachtet relativ eng am Schädel aussieht. Also die Muskeln rund ums Ohr sind dabei auf Spannung und eben die Öffnung zeigt nach seitlich hinten. Und wenn diese Ohrenstellung eben nicht nur für zwei Sekunden mal gezeigt wird, sondern wenn ich das aus der Ferne beobachte und das Pferd hat das wirklich ja eigentlich immer, wenn es scheinbar entspannt ist, dann kann ich davon ausgehen, dass es möglicherweise Schmerzen sind oder mit Stress zu tun hat. Am Montag die neue Folge überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Tschüss.